Leute, hallo? Das Spiel, hallo? Das Spiel hängt fest. Ich kann nichts machen, ich kann nur umgucken. Nein. Nein. Herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja. In der letzten Folge haben wir den Erschaffer der Puppen gesehen. Der fette Deckenmann. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der jetzt hin ist. Aber ich hoffe, wir sehen ihn nie wieder. Tja. Wo geht's hier rein? Gar nicht. Gut. Achso, es sind noch Rohre. Drei liegende Rohre. Ach, der geht ja in der Decke. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann muss man ja nicht gleich an die Decke gehen. Ah, hier kann ich mich abseilen. Hilfe. Ja, dann halt nicht. Achso, nicht abseilen. Gut. Auch okay. Da brauche ich einen Schlüssel. Woher kriege ich den? Wahrscheinlich liegt der wieder auf so einem leichten Ding. Was? Six? Hallo? Warum? Oh. Oh. Ja, toll. Da kommt es bestimmt jetzt gleich der, der Leichenschnipsler. Da ist der Schlüssel. Oh. Komm ich darauf. Da, so. Aha. Oh. Okay. Ah so. Vielleicht muss ich hier rüber. Vielleicht muss ich hier so rauf. Nee. Hier? Nee. Die rausziehen? Aha. Dann hier so, ja? Boah. Boah. Mach. Mit Anlauf wär's gewesen, ne? Okay. Nochmal von vorn. Jungs. Was soll das? Was, was, warum springt der da dann? So, jetzt. Jetzt aber. Das Licht kannst du auslassen. Mann. Man muss ja gefühlt alle Tasten dieser, dieses Kontrollers gleichzeitig drücken. Und schafft es irgendwie nicht. Warum ist Hüpfen hier? Na, das ist nicht Hüpfen. Das ist Hüpfen. Das ist Hüpfen, Laufen. Okay. Und greifen. Jetzt aber. Mach das weg. Das ist Nerven. Also. Greifen. Hüpfen. Und laufen. Gut. Mann. Ah. Bin ich schlecht. Komm weg mit dem Dreck jetzt. Jetzt aber. Und noch die Taschen am Rand. Genau. Lampe aus. Komm. Runter da. Nimm den Schlüssel. Und wieder zurück. Yo, 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 yo. Rein. Geh rein. Hey. Das war ja easy. Was ist jetzt? Ähm. Ähm. Leute. 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 Hallo? Das Spiel. Hallo? Das Spiel hängt fest. Ich kann nichts machen. Ich kann nur umgucken. Nein. 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 Also. Wir sehen uns gleich wieder. Oder vielleicht spiele ich das auch jetzt. Och. Ja. Was war das? Habe ich den Schlüssel jetzt noch? Ich hoffe schon. Nein. Nein. Ich habe den. Hä? Leute. Muss ich den Schlüssel jetzt nochmal holen? Nicht ehrlich, oder? Mann, 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 Mann. Okay. Wie war das nochmal? Ähm. Das hier rausziehen, ja? Dann das hier. Darüber, ja. Und da hoch. Ja, genau. Hier muss ich noch nicht sprinten. So. Das Zeug weg. Gut. Sprinten, hüpfen und greifen. Hey, first try. Und wieder die Taschenlampe aktiviert. So. Versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr verpackt. So. Und? Diesmal hat es geklappt. Und was mache ich jetzt? Schieben, oder was? Ja. Das war sehr seltsam vorhin. Dass das nicht geklappt hat. Aber egal. Kann ja mal bei so einem Spiel. Ne? Ist ja noch neu. Kann ja mal ein kleiner Backton sein. Ups. Da habe ich jetzt zu früh losgelassen. Siehst du, muss ich mir nicht nachspringen. Ich habe einen Fehler gemacht. Du kannst auch oben bleiben. So. Raus. Geh rein. Jetzt aber. So. Kann das runterbrechen? Gott sei Dank nicht. Schöne rauf, 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 rauf. Oh mein Gott. Ich sehe ihn schon wieder. Mann, was macht er denn da? Was macht er denn da? Und vor allem, was macht er Sicherung in einem Leichen? Äh. Was auch immer. Sarg, Raum. Witz. Witz. Was schneidet der jetzt dran rum? Achso, ich muss den benutzen zum Hochklettern. Immer schön Hände waschen, ne? Mit Corona. Ist da auch was da drüben? Oh. Noch mal, noch mal. Noch mal, komm. Komm. Aha. Es lebt. Aber den ausschalten, ja? Dann kommt der wahrscheinlich rüber. So, wie war das? Welches Loch war das? So. Was passiert jetzt? Aha. Da ist da ziemlich lange zu Gangen, ja? Ist das rumbegrenzt? Was, kann ich da jetzt einfach randeln? Aha. Was bringt mir das? Ah, okay, okay. Da bleibt die ganze Zeit da drüben. Komm, nehmt die Sicherung. Warum nimmt er sie denn nicht? Schon wieder ein Bug, oder was? Nehmt die Sicherung jetzt. Nein, nicht ziehen. Nimm die Sicherung. Komm. Leute. Das gibt's ja nicht jetzt. Ein Bug, okay. Zwei, nicht okay. Danke. Danke, 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 danke. Meine Herren. Meine Herren. Guck aus hier, aber so schnell wie möglich. Ah. Das war blöd. Das war richtig blöd. Das war blöd. Ja. Ja, es war blöd. Ja. Gut. Geh auf. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Auf, lauf, 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 lauf. Auf, lauf. Autsch. Nicht so gut. Was soll man denn da machen? Lauf rein, lauf rein, lauf rein. Ich kann ja nicht zurückgehen, oder? Ich kann ja schlecht zurückgehen zu dem. Einmal versuche ich es jetzt noch, sonst macht man es in der nächsten Folge. Ja, gut. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.